Im Gully stinkt's. Da hat sich Kranz aufgehalten. Alles klar, Juli freizufassen. Was kann dich einer spritzen? Ja, genau das habe ich gesagt. Ich habe das gehört. Warum denn Nils? Ah, Fisk ist gerade gestorben. Hallo Leute, ich darf euch mit der schlechtesten Einleitung hier begrüßen zu TTT Blitz. Heute unterhalten euch Tautau, Maximaro, Nils, Dalo, Kundran, Juli und The Grains. Hallo. Das war doch eine schöne Einleitung. Hey Nils, hast du den? Ich bin angeschossen. Ich habe noch nicht mal eine Waffe, ey. Grains ist angeschossen. Nee Nils wurde wirklich angeschossen. Und Grains auch. Könnte MakeFly gewesen sein. Ich sehe, ich sehe alles. Hast du auf mich geschossen, Juli? Nein, natürlich nicht. Ist ja jemand vom Dingens weggegangen. Ich rutsch jetzt. Oh, ich rutsch nicht. Ich klemm wohl fest. Ich bin am Anfang direkt beschossen. Jungs, wurde dieses Kadaver? Ja, irgendwie geht's nicht. Es gibt doch gar keinen Kadaver. Wir sind zu fett. Aber ich stecke die Schaukel. Nee, angeschossen wurde. Kein Interesse, die zu kaufen. Sooo. Wie tut man das anlaufen lassen? Warte, ich habe eine Idee. Die Schaukel. Ja. Oh ja, irgendwas bewegt sich. Das ist ein gelben Haus oben. Könnte schon nie gewesen sein. Hallo, ich bin auf dem Spielplatz. Irgendwie wäre es mal mit der Rutsche im gelben Haus. Das kann nur Dalu sein. Aber es hat funktioniert, ne? Ein bisschen. Ja, Moment. Stell dich mal jetzt hier vor die Schaukel. Nein, du willst mich töten. Stuhlweidwolf. Die Lachen. Stuhlweidwolf. Ja. Er trappt. Werfen eine Smoke Grenade bei Dalu rein. Ah, zu weit. Werfen Fahrer hinterher. Jemand hat da noch jemand eine Schaukel. Bring it. Zwei Schaukeln. Bring it on. Schaukeln gegen Ende klein lassen. Oh Gott, ein Disco. Oh Gott, wann wollt ihr jetzt Schaukelmord begehen? Was wird das, Mauro? Ich will den da gerade reinwerfen. Ja, ich komm da mal mit, ne? Immer schön hinter dich. Setz dich doch auf die Schaukel. Nee, ich pass nicht drauf. Ohhhh. Was passiert? Er ist mit meiner Schaukel, was ich jetzt... Er ist abgebrochen. Er ist weg. Er ist noch eine. Er ist noch eine neue. Oh nein. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt wollen wir was versuchen, was wirklich schwer ist. Okay, was... Spiel zum Spielplatz. Auf drei lässt du los und ich fang sie. Okay. Eins. Zwei. Drei. Hier ist ein... Oh shit. Konrad hat an der Straße. Oh. Die werden alle weggessen. Nein. Er wurde gesnipert. Ich hab einen Shopgun. Ich wollte auf Konrad schießen. Ja. Hä? Scheiße. Ist das bei der Kanalisation eigentlich einen anderen Ausgangs? Der Gramps. Ich bin in der Kanalisation. Ich bin in der Kanalisation. Nein. Auf der Bahnklinie. Nimm doch mal DNA. Der wurde ganz normal gesnipert. Gibt's keine. Gibt's keine. Gibt's keinen Ausgang? Halt! Da kommt Maru. Ist das safe? Jetzt Kundan. Gramps. Kann ich nichts für. Kundan. 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 Kundan ist das. Der hab ich getötet. Musste ich übrigens. Ja. Musste er. Ja. Ich hab nur den Mac-10. Okay. Alle tot? Nö. Fisk! Was ist denn? Wieso schießt du einfach? Was ist denn? Ach Scheiße. Es sah aus wie eine. Eine Silence. Sorry. Es sah aus wie eine. Es sah aus wie eine. Es sah aus wie eine. Es sah aus wie. Es sah aus wie. Es sah aus wie Magneto-Stick. Du bist geblitzt. Du bist geblitzt. Ach. Ach. Kurz. Wir sind im Haus. Es ist alle gelb. Äh. Was? So viele gelbe Häuser heute ey. Ich hab einfach von Ivor auf einmal schauen gekriegt. Keine Ahnung. Wo er ist der. Der Roadspeep und der Allentige. Aber Grants ist es. Drei gelbe Häuser hier. Welches? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach von. Ich hab einfach von Ivor auf einmal schauen gekriegt. Keine Ahnung. Auf irgendeinen Scheiß doch ist er und snapped da rum. Sowas aber auch Grants. Ist auch Frechheit. So was aber auch Grants. Der Kinderspielplatz. Der Umgefall auf dem Kinderspielplatz. Geh weg da. Hier du dir zwei. Wenn der mir sass vorher ist. Tautau ist tot. Steht da oben rechts. Tautau ist auch gar nicht tot. Steht aber oben rechts. Tautau konfirmt den Tod von Tautau. Tautau konfirmt den Tod von Tautau. Tautau konfirmt den Tod von Tautau. Nein. Okay. Dann ist er dir im Haus da drin. Ich bin hinter dich. Hätt dich schnell schießen können. Max ist der Böse. Glaub mir. Ich bin auch mitten auf der Straße. Kommt her. Hallo Maru. Der ist ein Traum in der Hand. Kann ich wahr. Ah. Hab stehen. Tautau hat der vom gelben Haus hinten. Ah fuck. Tautau. Ich steckte jetzt so schön in der Bauch und Tautau rennt mitten rein. Als ich sagte bleib stehen ist er stehen geblieben. Fand ich super nett. Ja. Na toll. Jetzt weiß ich nicht wo du bist. Macht auch gar nichts. Ich weiß gleich wo du bist. Beweg mich ja. Da hinten bist du. Okay. Warte kurz. Ich muss. Ich muss. Ich muss. Tatsächlich. Läuft bei dir. Tautau kannte die Regel, dass Grenz nicht reden darf. Aber schießt Fisk ab, der der geblitzt hat. Hoppla. Hoppla hopp. Hoppla hopp. Du musst auch gucken, wie ist Fisk jetzt gestorben. Hoppla. Grenz hat uns einfach gesteinigt. Es blitzt einfach. Was hab ich? Gesteinigt auf der Straße. Ich dachte du hast da Skrupellos. Nils. Ja genau. Äh nicht für Nils. Der andere der da stand. Fisk hat die Schraube. Fisk hat die Schraube. Da drinnen im Gully stinkts. Da hat sich Grenz aufgehalten. Alles klar, Julie freizufassen. Du hast keinen Blitz mehr frei. Hä? Na klar. Nein. Jetzt nicht mehr. Blitz Julie. Geh doch mal fettkacken. Julie schießt auch zurück vor allem. Ich muss ja. Sie darfst aber nicht reden. Musst du nicht. Sie ist Traitor, deswegen muss sie. Achso, deswegen muss sie. Alles klar. Das war jetzt aber richtig gemein. Nee, geht doch ran, da hab ich vergraben. Der hätte volle Pumse. Oh stimmt, ich kam da grad raus wo die Schaukel drüber lag. Ich glaub das ist ein Bug, da ist keine Schaukel. Mal guck mal es endet hier. Geht doch mal krass. Ganz grand, grand safe. Hast ja eine Belohnung verdient, kannst dein Fahrrad abholen. Ich bin safe. Du bist safe. Wenn du das Fahrrad fährst oder ich nicht gehörst. Wenn er safe ist, ist das halt ganz praktisch. Kann man sich in seiner Nähe aufhalten. Dann weiß man, dass man leider verrührt werden hat. Geht das Fahrrad? Der andere Täter hat jetzt so ein Problem. Ich glaub Nils ist es, er hat Angst vor dem Fahrrad. Tautau ist es. Wie hab ich das grad abgelehnt? Schade. Mehr Grands. Du musst du schaukeln. Nils komm zu schaukeln. Nils komm zu schaukeln. Nils komm zu Papa. Das war mehr als eine Sache. Nils komm zu Papa. Nils komm zu Papa. Sag, sag nix mehr du. Zit wird zum Gefängnis. Wird ihr zum Gefängnis? Zum Gefängnis. Macht Juli den nächsten Ragequid? Wer weiß es. Können wir nicht mal wieder einen Ragequid geben? Juli wird sowas nicht machen. Hab ich noch nie. Wenn ihr dafür registriert. Ey du sagst ja normalerweise, ne ich nehm die Aufnahme nicht. Und sagst dann früher Tschüss. Lass dann aber noch drin. Ey das haben jetzt bis jetzt noch Armor gemacht. Du die kann doch blitzen. Denk dran ne. Kann sie nicht. Außer wir fänden jetzt natürlich alle anderen Blitze die wir noch heute haben. Wow wow wow. Ja aber wir sind verkürzt davon. Das war's. Nein. Nein. Ich warte mit den Blitzen bis Grenz ermordet wurde. Hör doch dann bist du auf jeden Fall tot. Look doch was durch die Möp was Grenz. Sollen die Trader dich schnappen. Grenz noch hier? Ne ok komisch. Bump Bump. Was macht hier denn gerade? Arnie. Hast du auf was geschossen? Ist Grenz tot? Nein der läuft hier nur lang. Oh Gott. Hinter mir. Nein. Geh weg mit der Schaukel. Namen. Achso. Ich glaub Mario ist es. Wow. Grenz sag mal was. Ich geh meine Katisation um, bin ich sicher. Guck Grenz. Grenz. Er hat doch gerade was gesagt. Ok. Ja ist ok. Geh mal weg mit der Schaukel. Julie wenn du mich erschießt fliegt die Schaukel los. Und die töten sich. Und die nimmt deinen Kopf mit deinem Gesicht. Hey. Wenn du mich jetzt abmalerst töten dich die Schaukel. Hey. Ich hau dich. Hey. Ich sollte nicht blitzen. Wenn ich sterbe stimmst du auch. Ich hab ne Idee euch beide zuhören. Scheiße mann. Ich häng auf. Granate hinter euch. Das war ne Disco. Aaaaaaah. Da kam jetzt aber ne Insti von. Nein das ist nicht. Nein ich bin raus. Ich bin raus. Tauta und Fisk. Julie kannst du. Nils wurden vergiftet. Ja von Tauta. Nein glaub ich nicht. Das ist Maru. Was nein. Hoppla es war hier. Einer von euch ist das doch. Ja. Maru. Julie. Dalu. Einer von euch hat gerade geschossen. Ich hab ne Schaukel in der Hand. Ich kann nicht schießen. Das stimmt. Solange ich nicht Schaukel in der Hand hab. Kann ich nicht geschossen haben. Ja und. Und Julie war das auch nicht. Komm kannst du euch bitte killen Dalu. Ich bin richtig geschossen. Alter es muss theoretisch gut sein. Aber er ist vergiftet. Fisk ist es hinter dir Maxi. What. Du Sausack. Da bin ich im richtigen Moment abgehoben grad. Oh nochmal im richtigen Moment. Entschuldige. Er bleibt ja noch übrig mit Fleisch. Ja Maru. Der hat recht vergiftet. Da Maru. Maru im Gewächshaus. Hab ihn. Er ist noch hier. Ist er jetzt noch da oder kommt er wieder? Er kommt wieder. Ne Dead Ringer hat die Leiche im Back ein bisschen. Also er wird gleich spawnen. Wer war's jetzt nochmal? Maru. Maru. Ah ja hab ich ja gesagt. Er müsste höchstwahrscheinlich hier mal... Hab ich. Jetzt kommt er wieder. Genau. Ist wieder überlebt worden. Ist wieder überlebt worden. Das bin ich. Das bin ich. Ja er meint was ich hier. Ja er meint was ich hier. Ja er ist immer da. Wer ist da drüben? Wer ist am kaputten Haus? Ich. Ich. Achso. Irgendjemand ist im grauen Haus da ganz vor dir. Ich bin auf der Mitte. Hier ist jemand drinnen. Der war grad unten bei der Garage. Oh wie ist der jetzt gestorben? Der ist ja. Der ist da. Ah. Oh Gott. Nice. Nice. Ich wollte noch blitzen Mann. Jetzt blitz ich. Warte. Wenn du die jetzt in der Hölle trittst. Hast du eins an eins zusammengezählt. Und drei rausgekommen. Hahaha. Ah hast du vier rausgekriegt. Ist ja auch vier. Nils wird vergiftet und ballert erstmal um sich rum. Was ist das für ein Anfängerfehler? Das war das Gift in ihm du. Ja das hätte ich doch nicht sehen können. Er stand ja hinter uns. Also wie er geschossen hat. Konnten wir ja nicht sehen. Ich kam aber auch grad von hinten so ran und dachte mir so. Ups. Und Juli versteckte sich da so. Ja ich war im Busch. Und Juli nutzt auch keine Poison gar nicht. Oh ich kann nicht blitzen. Sorry Leute. Ah schade. Ja. 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 Einfach so zugegeben. Also ob ich so doof wäre. Come on. Und dann haben wir auch noch so. Hier sagt nix. Kann ich mir einer blitzen? Was kann dich einer spritzen? Ja genau das habe ich gesagt. Genau das. Ich hab das gehört. Bisschen Schore für Nils. Lippen aufspritzen. Ich weiß ja nicht was grad in ist. Du weißt es nicht. Nee. Nein ich weiß es nicht. Warum denn Nils? Fisk ist gerade gestorben. Fisk ist ja mein Kollege. Fisk ist ja mein Kollege. Der muss ja. Der wurde ja. Ey! Fisk war inno. Und ich von... Das geschieht dir recht, Maru. So ne Schuhe. Kack. Von wo? What the fuck? Friendship. Friendship. Wenn Maru vergiftet ist, ist es great. Alle sind einfach mal vergiftet, die Regen. Nein, dann ist es Dalu, wenn er mich beschuldigt. Lauf, mein Kind. Lauf. Tu was Gutes auf der Welt. Warte mal, ist es Dalu oder Maru? Ne, Dalu war es. Aha. Maru ist safe. Wer ist da neben dir, Maru? Ich. Ja, nice. Wieso redet Maru nicht? Ist er geblitzt worden? Juli? Juli, bist du jetzt tot? Fisk ist es. Ah ne, Fisk ist es. Du hast Nils als Maru verkleidet. Ding, ding! Einen in der Hölle kriege ich jetzt bestimmt. Aha! Bin ich jetzt wieder da. Ich wollte wieder abbeleben. Weiß nicht, Maru. Hast du meine Second Chance bekommen? Yay, bin doch mal da. Und ich habe nichts gekauft. Ich sag doch Schinze. Erster Friendship jetzt noch. Second Chance. Vielleicht weil Nils second Chance dann wiederbeleben wurde, habe ich es auch bekommen. Ich hab einfach Auto-Respawn an. Das ist mir egal, was ist. Oh, Kundran ist in seinem Zimmer gest... Tau-Tau wolltest du besuchen. Ja. Oh Gott. Wie niedlich ist die Händchen halt. Jetzt was da los? Warum wirst du nicht wiederbeleben? Aha, du hast doch nicht meine Second Chance bekommen. Ich konnte leider nicht sagen, weil ich der Blitz war, aber jetzt darf ich wiederbeleben. Du bist auch wiederbeleben worden. Der ist übrigens da in dem Haus, wo der Händchen... In dem gelben? Ja, genau. Das ist gut, weiß ich Bescheid. Eine interessante Mechanik entdeckt. Aber das wäre übrigens fast ein Ace geworden und ein Traitor wiederbelebt. Nein, ich hab drei Leute vergiftet. Ja, aber ich hab sogar nach den Kills. So, obwohl ich geblitzt wurde. Ich durfte nicht reden, weil ich wiederbelebt wurde. Wusstet der auch, dass du es bist? So Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Bis dann, ciao. Ich war nicht geblitzt, haha.